Musik Ja mal total super, ich bin zwar gerade erst angekommen Aber Wetter ist ja wohl mal genial Aber was erwartest du denn überhaupt? Was ich erwarte ist total geile Musik Super Stimmung, wie es immer auch schon war in den Jahren zuvor Die Wirk ist eine Institution, die seit Dutzenden von Jahren in Wilfrath für beste Unterhaltung sorgt Insofern, sobald die so ein Event wie hier wieder aufsetzen, ist es quasi ein Mast für alle Leute, die noch in der Umgebung sind Die Leute sind cool drauf, es ist schön Es ist einfach gemütlich und die Musik und man trifft ganz viele Wilfrater wieder Die sind ja inzwischen alle weggegangen Wir sind ja ein Rockmusiker-Club, ne? Und da gibt es auch Rockmusik und da gibt es halt auf den Ohren und nicht nur Kuscheliges Also Jungs, haut rein Ist das denn kinderfreundlich? Ja natürlich war es das Kinderfestival freundlich hier mit Kinderschutzbund Es war ein bisschen laut für ältere Herrschaften, aber das ist auch das, was sein muss Voll gut, wir stehen voll in der Sonne Wir verbrutzeln uns die Omme, was will man mehr? Für umsonst und draußen